Ich liebe es, Drohne zu fliegen und die Mini 2 macht es auch so unglaublich einfach. Aber hast du mal rausgeguckt? Das Wetter sieht sehr wahrscheinlich genauso aus wie bei dir. Ja, aber was macht man in der Zeit, wo man nicht fliegen kann? Wie solltest du deine Drohne pflegen? Wie solltest du sie lagern? All das erfährst du wie immer nach dem Intro. Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen bei Justice Schmidt, dem Kanal, der dich hinterher immer ein klein wenig schlauer macht. Und die Zeit des schönen goldenen Herbstes ist ja leider vorbei. Der weiße Winter ist aber noch nicht ganz da. Das bedeutet in dieser, sagen wir mal, Durststrecke, ja was machst du da mit deiner Drohne? Es gibt nämlich natürlich auch immer wieder Phasen, wo die Drohne, ja sagen wir mal, ganz ehrlich eher im Schrank liegt, als dass du sie wirklich fliegst. Ja und was machst du in der Zeit? Worauf sollst du achten? Ganz einfach. Ja, die Mini 2 verfügt anders als ihre Vorgängerin über Lithium-Polymer-Akkus. Hast du eine Mavic Mini, dann hat die Lithium-Ionen-Akkus. Bei Lithium-Polymer-Akkus ist es tatsächlich wichtig, dass diese Akkus eine gewisse Ladespannung, Lagerspannung, Tralafittige Döns, nenn es wie du willst, sicherlich werden die einen oder anderen Akku-Experten jetzt sagen, das heißt anders, aber es geht im Endeffekt darum, dass der Akku, sagen wir mal, bei ungefähr 70% gelagert werden soll. Und jetzt ist das so, diese 70%, ja wie fliegst du die, machst du die einfach, indem du die fliegst, indem du einfach sagst, ja, okay, nur bis dahin laden, nein. Wenn du alle Updates der Akkus gemacht hast, ja, und falls nicht, guck mal bitte nach, die Mini 2 sagt dir das normalerweise, wenn du eine Mini 2 mit eingeschaltetem Handy, was Internet hat, hast, ja, das stimmt, auf jeden Fall, die Akkus entladen sich. Das gab mal ganz am Anfang so ein Problem, dass die Akkus sich nicht entladen haben, automatisch entladen haben, wenn du sie im Ladehub hattest oder hier in der Drohne. Jetzt ist das so, ich habe meine Akkus extra ein paar Tage im Ladehub gelassen, ich habe alle Updates vorher installiert gehabt und wenn ich jetzt hier auf der Seite auf den Knopf drücke, siehst du, dass nur drei Lämpchen angehen. Das bedeutet, wenn ich jetzt den Akku zu Testzwecken mal in die Drohne reinstecke, dass der aktuelle Stand der Dinge 70% sind. Das bedeutet, so kannst du die Drohne perfekt weiter lagern. Ich lagere, also ich ganz persönlich lagere meine Akkus hier im Charging Hub, aber wenn du es ganz besonders, ja, sagen wir mal, safe haben willst, dann solltest du die Akkus in einen Akku-Bag rein tun, so ein Lipo-Bag. Ich verlinke da nochmal so ein paar kleine Dinge, das ist auch gar nicht das Problem. Bei der Fernbedienung sieht es anders aus. Der Controller verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku und entlädt sich nicht. Der braucht aber nicht so die Pflege. Ich habe zwischendurch einfach mal mein Smartphone damit geladen, habe ihn mal entladen oder weiter entladen und dann wieder geladen. Alles gut. Wenn du die Drohne nämlich nutzen möchtest, und das solltest du ja vorher wissen, die Akkus sind nicht kaputt oder so, die werden auch leicht warm mit der Zeit, wenn du sie nicht lädst, ja, das ist einfach ein Sicherheitsmechanismus. Wichtig ist auch zu wissen, wenn du an Tag 1 draufdrückst und guckst, wie viele Striche da sind und 4 Striche sind, wenn es vollgeladen ist, und an Tag 2 und Tag 3 und Tag 4, ja, dann können sie sich nicht entladen, weil der Knopf an der Seite quasi sowas wie so eine Art Reset-Button ist. Ist auch ein Trick, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt so in zwei Tagen fliegen oder sowas, dann drückst du einmal pro Tag auf diesen Knopf und die Akkus entladen sich dann halt nicht. Ja, und das war's schon fast, denn wo lagere ich meine... Ja, und das war's schon fast, und ich lagere meine Akkus samt Fernbedienung und Charging-Hub und Drohne und Zubehör-Tralafiti-Gedöns hier in diesem Tom-Case. Wo lagerst du deine Drohne? Wie pflegst du deine Akkus? Schreib das alles in die Kommentare, denn jetzt kommst du! Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, zwei Likes. Wenn das Wetter dir nicht gefällt, drei Likes. Also, Lob, Kritik, Anregungen, Feedback und alles Mögliche, was das Video hier betrifft, in die Kommentare. Ich wünsche dir eine schöne Übergangszeit, bis wir so richtig coole Winteraufnahmen machen können. Und in dem Sinne, stay tuned! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank.